Hallo Freunde, kurz ein Video von einem Booth. P.S.S.M.O.S.S.S.I.N.E. JAKARI! Haben wohl einen Livestream gemacht, Mann. Und dann meinte P.S.M.O.S.S., JAKARI! Sollte es irgendwie lassen, irgendein Districk gegen Kollegah, gegen Samra und gegen noch ein paar andere Leute zu machen. Was glaubst du mal, JAKARI? Was ist los bei dir, Mann? Man kann ja Seitenliebe machen, alles gut. Aber hör mal auf deinen Labelchef. Mit Kollegah, den unterschätzt du. Samra, ja kann man dissen. Aber gegen Keule, warum, Mann? Und warum gegen Fahri, warum? Was hast du ein Problem mit denen? das sind das meister die könnte ich auch heftig zurück dessen durch lieber schwäche such dir tilo samra kappi ng meinetwegen noch kacke aus der kontrolle so welchem aber doch keine dis experten da wirst du den dis von dem wahrscheinlich überleben hör lieber aufs maul sein wenn du das beste für dich ok meine freundes hast du wie du früher einen bus aber nicht gleich wissen meine freunde bist du nicht von mir freundel